Im Interview mit unserem Kapitän Julian Eichinger, ein schwerer Spiel, ein schwerer Sieg, Platzverhältnisse, wie ist dein Statement zum Spiel? Um ehrlich zu sein, viel war es heute nicht von uns. Das ist überhaupt nicht unser Anspruch. 2-0 gegen Klausen, gegen den letzten ist halt, reicht halt nicht. Aber ja, Platz, Platz nicht top, Wetter nicht top. Sie stehen sehr tief, 20 Meter vom Tor, 10 Mann, es ist schwierig, aber wir müssen da einfach mehr Tore machen und besser spielen. Eine Rede haben wir schon gehabt vom Trainer jetzt in der Kabine, alle ein bisschen unzufrieden heute, aber ja, drei Punkte sind drei Punkte. Das zählt sich wirklich im Regen nicht länger aufhalten. Ich danke, alles Gute. Danke.